Ja, Halli und Hallöchen, mein Lieben, Freunde. Und damit darf ich ganz süß da noch einfach gefahren und Let's Play Roman Legends begrüßen. Wir haben weiter Spaß mit den Heimgesucht-Leveln. Spaß. Heute mit Dark Roman. Das ist so eine Sache, die hat auch Galaxy... Ne, wobei. Ähm. Das gab schon mal in Roman 1, das hat ein Galaxy von Roman 1 geklaut. Und das heißt, alle Roman Legends hat es von Galaxy geklaut. Und zwar ist es ein Doppelgänger, der ins Volk, der böse ist, yo. Voll krass und so. Wie muss ich... Da muss ich eigentlich drüber oder obendrüber oder irgendwie... Ich hab nicht so richtig verstanden, wie ich da hin muss. Ach, alle töten. Okay. Muss mir dann mal einer sagen, ne? Okay. Ach, du Hurensohn. Das war doch gut bis jetzt, oder? Nein, was tue ich? Oh, 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 oh. Ob das noch für 40 Sekunden reicht? Ich zweifle daran. Nein, oh, fuck! Es hat sich erreicht. Vermutlich. Weiß nicht. Tod und Vergeltung. Also hier bin ich auf jeden Fall mega schnell. Das sind so Sachen, die sind wichtig im Leben, Leute. Genau die Sachen, die ich gerade erwähnt habe. Die sind sehr wichtig im Leben. Denkt daran für immer. Nein! Ruhren! Gut! Gut! Okay. Konzentration. Ich war so dicke Dings und überkauft gekriegt wegen Zeit und wusste nicht, wir töten und ahhh. Das ist immer so, hier kannst du eigentlich nicht schneller sein. Hier halt auch nicht. Also ich finde, das jetzt wirklich schon perfekt, wie ich es mache. Hier eigentlich auch. Nee, hier kannst du kompensierender sein. Du das hier immer machen kannst. Nee, solltest du nicht. Ja, okay. Da war dumm. Gut! Aber das haben wir schon besser gemacht, das ist die letzten paar Level, würde ich jetzt behaupten, irgendwie. Wollt es eigentlich ja schwerer sein sollte, gerade wegen Dark Raymond, aber... Irgendwie... Okay. Da, 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 da! Da, 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 da! Nein, Leute, ich weiß nicht, was mit dem so los ist. Das hat voll funktioniert. Das funktioniert nicht mehr, ich möchte das nur mal im Anmerken. Danke. Ah, das war nicht so gut, aber passt schon. Wir brauchen jede Sekunde. Warum funktionieren Dinge nicht mehr, die voll funktioniert haben? Wieso rühnst du nicht weiter, Rehme, Herr Nunu? Ich finde die lustig. Konzentration. Okay, da muss ich so... Okay, da muss ich einmal hoch und rüber und dann drüben und dann durch, okay. Hi, verstanden, was ich sagen wollte, ich auch nicht. Es hat voll funktioniert, warum sonst für mich jetzt ist es so eine Rolle schon... Vergiss es. Wohin, halt! Nein! Seit wann kommt der denn da hoch? Nicht weiter, bitte. Nice. Halt hier nicht schlagen! Sehr wichtig. Hey... Woi! Okay. Okay. Das, das, das... Das, das... Das, das, das... Das, 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 das... Wuuu! Ha ha! Ha! Nice. Wir haben es geschafft, Leute. Hey. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Ha! Nächstes Heimgesund. Wir haben noch zwei, oder? Ei. Ja, gut. Okay. Nächstes Level ist der mit den Viechern. Hochsaugarten. Heimgesund! Yeah! Heimreich, mein Becker. Okay, go! Äh, ist mir egal, go. Oh, je. Okay, ich weiß, wir haben wieder wirklich groß, dass wir uns dann mal an der Kette drehen. Ich glaube nämlich nicht wirklich. Das war schon mal langsam. Das war gut. I don't know what to do here. Guck mal so. Oh, 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 oh. Okay, wir müssen auf jeden Fall bei dir springen, dann da hochgekommen. Okay. Nein, 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 nein. Es geht halt viel schneller einfach. Das ist es, um zu Ende zu rutschen. Ah, ich hätte schon drauf schwimmen müssen. Okay! Nein, 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 nein. Die Level ist nah zum Lernen da. Hey, hey, schnell rüber. Da gar nicht erst hin, runter. Da auch schneller. Hier kann man auch schneller sein. Oder so. So ist es viel leichter. Da hätte ich jetzt hier auch springen können. Ich muss noch meinen Hund hier irgendwie sortieren, dass es noch nicht da was sein sollte. Das ist sehr knapp. Irgendwie gefühlt auch sehr langsam, ich glaube. Und dann bin ich mir irgendwie nicht mehr so sicher. Okay, dann kann ich da hoch. Es gibt mir ja auch irgendwie zu viele Wege. Ich habe noch nicht so richtig verstanden. Wie, wo war es hier? Das ist ein bisschen sehr viel. Das war dumm. Na, gib mir zu. Ja, war dumm. Halt, das war falsch. Das war nicht richtig. Hier. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Warum funktionieren die Dinge nicht mehr, nemm, 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 nemm. Oh, wie bitte? Oh, ja. BAM! Gut. nein das war was die vorliegen boden ist dann dinge das schnell bin damit rüber springen du schlägst in der luft du bist dann zu langsam und alles kacke eine millise konnte lassen ja wahrscheinlich oder kommt da hinten eigentlich ein feuer wenn er ist das sehr langsam weil du wirst in diesem dreck von allem verfolgt von diesem schwarzen feuer voll anstrengend so war das war mein plan genau so nein warum ist das geschehen aber ich war gut gerade oder so schnell ja man kann auch zu sein wie ihr seht es geht tatsächlich ja das war nisch was ist los danke hat sie wir sagen heiketa 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 ja mir geht es gut ja mir geht es gut eine nachfrage ich hätte springen durch ich habe gedacht es geht es ja mir geht es nicht langsam wird es wieder anstrengen meine damen herren geschworenen aber sich erstmal hier mal eben mal ganz ebenso was mir auffällt dass man eben sagen muss dieses switch controller mega der pro control für die switch wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt wenn ich jetzt an die an die an die an die an die speed level an die zeitlevel aus crash bandicoot denke wie oft ich auf diesen ps4 controller umgreifen musste und wie oft ich meine hände waschen musste weil die verschwitzt waren und was weiß ich was aber die switch controller für solche level wo du rennen muss dauernd die renntaste und was weiß ich was mega gut aber wirklich der shit das ist mir gerade mal eben so aufgefallen ich habe mir das sage ich mal eben also wirklich wenn er einen guten controller war durch den switch controller der ist geil ok jetzt bin zu lange wo noch zu langsam kaum lobt man etwas von der switch schon schafft man das level zufall ich denke nicht ja 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 warum auch wenn ich das neu starten will ja 100 prozent ist reich ich will nicht wundert und einstheimer team er hat nicht gedacht dass wir das noch schaffen ok treibt dann das ist bestimmt weil eigentlich ist es ja auch nur hoch oder aber wir werden sehen auch happy day das ist schon mal kacka ob wir das noch schaffen in der zeit hey komischen finger da ja 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 nein ja 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 . waaah halt hier kommt einer waaah Ah, fuck, jetzt haben wir verkackt. Wenn es eben schon geschafft hat, ist es glaube ich nicht mehr. Ah, ah. Never. Ja, ich war an der Einstelle. Da habe ich verkackt. Aber das können wir noch gut in der Zeit. Ich glaube, das können wir noch. Gut, was auch immer. I mean, why not? Ich habe die vier Taste gedrückt, meine Damen und Herren. Wieso ist es geschehen? Nein. Nein. Nein, was besser, was schlecht ist. Keine Ahnung. Springen. Wow. Also wir waren hier gerade eben bei 36. Ich versuche jetzt mal da runter zu gehen. Und mal nicht diesen ganzen komischen Weg da oben. Schauen wir mal, ob das schneller ist. Aber das hat ja auch ungefähr gleich schnell sein. No? No. Nee. Sorry. Nein. 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 Fuck, 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 fuck! 36, ne? Okay. 23 Millisekunden! 24, 34! Leute, ich mach Schluss für heute, das reicht. Ja, jetzt habt ihr schon mal so einen kleinen Einblick in Richtung... ...ehm, Dings, würd ich sagen. In Richtung... Ja, Heimgesucht-Level. So sehen die aus, das müssen wir tun. Die brauchen jetzt tatsächlich nur noch einzelnes, dieses Level. Diese Welt hier auf 100%, dann... ...kriegt die ein... ...Gas von hier! Haben wir noch drei kleine Dinge? Ja, genau. Und so machen wir das hier. Aber in der Sache, weiß ich nicht. Wird schon. Wird schon, kriegen wir alles hin. Leute! Wenn ihr euch heute gefallen, gefehlt, lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar und Abonnenten, einen Daumen nach oben, einen Daumen nach unten, 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 und ja, was geht's noch zu sagen? Außer... Just silly.